Der Universal-Federspanner-Satz ist die kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspanner-Systemen. Die Marktabdeckung des Federspanners liegt bei ca. 90%. Dies wird realisiert über zwei Buttonpaare, die im Satz enthalten sind. Einmal die große Variante, zweifach gestuft 140-195 mm und das Buttonpaar, was jetzt hier schon montiert ist, mit einer Abdeckung von 80-160 mm. Der Federspanner hat mehrere Sicherheitseinrichtungen. Einmal das Stahlseil, um die Feder mit dem Federspanner zu verbinden und um die Spindel gegen Überlast zu schützen, sind im Antrieb Scherstifte verbaut. Die maximale Spannweite beträgt 355 mm und die Belastbarkeit liegt bei 26.000 Newton. Vom TÜV geprüft.